Herzlich Willkommen zur Coffee Cup Learning Einheit Digitale Medien zum Verfassen wissenschaftlicher Arbeiten. In den nächsten Minuten werden Sie erfahren, wie Sie überhaupt ein Thema finden und Ideen dazu strukturiert sammeln können. Sie werden Tools zu Online-Quellenrecherche und Verwaltung kennenlernen und Tipps zu Text und Layout erhalten. Sie schreiben an einer Bereichs-Bachelor- oder Masterarbeit? Ist das Thema durch die Lehrveranstaltung bereits vorgegeben oder sind Sie frei in Ihrer Themenwahl? Wie auch immer, nähern Sie sich persönlich an ein mögliches Thema an. Was interessiert Sie? Welche Fachliteratur haben Sie vielleicht schon gelesen? Gibt es Themen, die Ihnen eventuell später unabhängig, ob für Studium oder Beruf, nützlich sein könnten? Hilfreich für Ideenfindung und Strukturierung sind jedenfalls Brainstorming-Tools. Mit der interaktiven Pinnwand Real-Time-Board ist das auch innerhalb einer Gruppe gut möglich. Für bis zu drei Teilnehmende ist das Tool gratis. Sie beginnen mit einer der angebotenen Vorlagen, können Bilder und Videos hochladen und Post-its beschriften. Gemeinsam im Team. Auch das Arbeiten mit Social Bookmarking-Diensten kann zur Ideenfindung beitragen. Mit den beiden bekanntesten Tools dazu, Delicious und Diju, können Sie interessante Webseiten sammeln und verschlagworten. Dadurch wird eine fokussierte Recherche möglich, deren Ergebnisse mit anderen geteilt werden können. Bei einer Gruppenrecherche einigt man sich auf gemeinsam verwendete Schlagwörter, sogenannte Tags, die den Fundstücken im Netz zugeordnet werden. Sobald Sie sich für ein Thema entschieden haben, geht es an die Suche nach Material. Neben den Online-Besuchen von Fach- und Institutsbibliotheken werden Sie sehr viel im Internet recherchieren. Ein Tool, das Sie von der Ideensammlung bis hin zum Verfassen von wissenschaftlichen Texten begleiten kann, ist der Zettelkasten nach Luhmann in elektronischer Form. Egal, ob Sie Unterstützung beim Sammeln und Ordnen von Fremdwörtern, Grafiken, Tabellen oder Texten benötigen, Sie sammeln Zetteln, die Sie mit Schlagwörtern und Quellenangaben versehen. Dadurch finden Sie sich auch später jederzeit zurecht. Diese Zettel können mittels Querverweisen und thematischen Clustern auch untereinander vernetzt werden. Mit dem Zettelkasten können Sie Ihre Zitate und Exzerpte professionell verwalten, Ihre Zettel strukturieren und vernetzen, Ihren Text produzieren, mit professioneller Literaturverwaltung zusammenarbeiten, Daten importieren, exportieren und weitergeben, Synonyme bei der Verschlagwortung nutzen. Natürlich kommen Sie auch bei der Recherche nach Inhalten Ihrer wissenschaftlichen Arbeit nicht ohne die Suchmaschine Google aus. Nutzen Sie die erweiterte Suche wie im Coffee Cup Learning Modul Suchen und Finden beschrieben oder recherchieren Sie auf scola.google.at, der wissenschaftlichen Suchmaschine von Google. Bezüglich des Urheberrechts gilt für wissenschaftliche Arbeiten ab Bachelor-Niveau folgendes laut § 42 des Urheberrechtsgesetzes. Fremde Werke dürfen im Rahmen von wissenschaftlichen Arbeiten vervielfältigt, verbreitet und zur Verfügung online gestellt werden, wenn das fremde Werk schon veröffentlicht wurde, das eigene Werk wissenschaftlich ist, der Umfang ihrer Verwendung gerechtfertigt ist, inhaltlich auf das fremde Werk eingegangen wird und nicht nur damit behübscht wird und korrekt zitiert wird. Quellen müssen nach genauen Vorgaben der jeweiligen Institution zitiert werden. Ein Tool, das dafür geschaffen wurde, ist Zotero. Zotero ist ein kostenloses, einfach zu bedienendes Werkzeug zum wissenschaftlichen Arbeiten, das Ihnen dabei hilft, Ihre Quellen zu sammeln, zu organisieren, zu zitieren und zu teilen. Es unterstützt Sie dort, wo Sie arbeiten, im Webbrowser. Zotero arbeitet mit dem Webbrowser Firefox zusammen. Mit Zotero erhalten bibliografische Onlinequellen eigene Einträge. Unterschiedliche Dokumentenarten erhalten unterschiedliche Metadaten. Sie können mit Zotero Bücher, Dokumente, Artikel, Webseiten, Filme, Computerprogramme etc. verschlagworten, sammeln und zitieren. Zitieren heißt herbei und aufrufen. In jeder wissenschaftlichen Arbeit werden Teile des Gedankenguts anderer übernommen. Diese Übernahmen müssen korrekt dokumentiert werden. Das heißt, LeserInnen der Arbeit müssen an die Quellen herankommen und sie nachlesen und überprüfen können. Dazu gibt es viele Formen, wie zitiert werden kann. Es ist wichtig, dass Sie sich darüber informieren, wie die Zitierregeln Ihrer Institution aussehen. Unabhängig davon, welche Form der Zitation gewählt wurde, gilt jedenfalls, dass diese innerhalb einer Arbeit durchgehend angewandt werden muss und nur zitiert werden darf, was von der Autorin bzw. vom Autor der Arbeit gelesen und verstanden wurde. Schreiben Sie Ihre Arbeit mit Microsoft Word, so können Sie gleich im Programm Ihre Quellen verwalten und den jeweiligen Textpassagen zuordnen. Eine genaue Anleitung dazu finden Sie im Coffee Cup Learning Modul umfangreiche Dokumente. Eine andere Möglichkeit ist das Zitieren mit Hilfe des Tools Citavi, mit dem Sie Texte und Quellen erfassen können. Dokumenteninformationen wie Autor, Autorin, Titel, Erscheinungsjahr etc. werden dabei weitgehend automatisiert und mitgespeichert. Citavi arbeitet auch sehr gut mit Microsoft Word zusammen. Wie bei vielen Programmern muss man sich bei der kostenlosen Version auf einige Features beschränken. In dieser Coffee Cup Learning Einheit haben Sie erfahren, wie Sie überhaupt ein Thema finden und Ideen dazu strukturiert sammeln können. Sie haben Tools zu Online-Quellenrecherche und Verwaltung kennengelernt und Tipps zu Text und Layout erhalten. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Spaß bei Ihren weiteren Coffee Cup Lerneinheiten. Vielen Dank. Hier geht es Ihnen.